321 also irgendwie haben wir überhaupt kein follow up für meine wild hier aber ich springe aber gut dass da die ist im late ist der mega brüte ich ging jetzt zu mir so ist es ich besitze sowas ähnliches wie skyperino gar nicht niemals habe ich nicht ich habe mich aus versehen verklickt und der scheiß task ist unten da habe ich skype angeklickt lol kaffee ist leer was soll ich jetzt tun was soll höchste ist bleib hier und dann isoliert und dann pilberini also hier balls of steel das zeige ich dir der geht einfach rein der geht da einfach rein gleich fängt die wave an und der ist immer noch so low als dass sie denn dass sie nicht backporten der politik die der helfer der sie nicht backporten was ist denn mit ihr die der wahl ich bin doch hier mhm bis wir ihn hat über die nicht weg warte ab du hast in der mit 2 1 hiel okay ah klar weißt du wie schnell der mal im halben Leben wegrückt naja stimmt bist ja auch schlecht billiger Hilfe giffen was? nix nix ist cool krass ich bin dein Träumen ein Minion verpasst sie ist dafür nicht full life oh naja nicht full life ist mhm da gibt es da mit full HP gleich kommt Ching Chao hier an ey macht Raka Zeng wo der Gebet schleppt warum dived der denn? ist der dumm jasuo jasuo joo hat er dich grad gedived man? ne er hat nicht versucht zu töten ey mit dem dann können wir ihn killen oh lol lol mit dem Flash lässt er sich executen alter ja wer herangekommen haaa ok Slow of Doom jetzt 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 viel zu easy alter das war so Blaze ne aussehen ist ja auch geflasht ne ja du weißt schon besser das ist ein geflasht wenn du das ausnutzen solltest das Affe toll er hat geflasht und du kannst ihn jetzt heftig counterjonglen man mhm jasuo 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 ne pass auf ne sind zu zweit hier der ist einer er ist einer ah lol wie kann der bitte noch hitten ey lol please ey wie kann der vorhin dass das hoho das hoho na ist ja egal juwellose interessant sind komplett mitte rein bei blauen strahlen habe ich nicht das war da hier steht meine damen und herren ich begrüße sie zu den 81 winter spiel sind wir schon wieder mitte lasst mich jetzt nur ja, läuft bei euch, ihr Arschgeigen kommst du nicht gerade, ey, wenn du nicht, ah toll, mich hast du nicht gehealt, oder was? So, den Asuoki hast du auch gekriegt, ne? Ja, den hab ich nicht gesehen bekommen. Für ein geringes Opfer. Ja, ein Mistkäfer. Achso. Igarime-Jungle. Death Neo, wüsig, ist irgendwie nicht so der Burner, ne? Der Burner. Der Burner ist irgendwie nicht so der Burner. Ahja, Death Neo, btw, wenn du grad hier bist, hier Pillbo ist jetzt schon da, also wir können später ausmachen wegen Kautz und Tim. Stand by. Ich hoffe, das hast du verstanden. Ja, verstehe kein Deutsch. Ja, verstehe kein Deutsch. Freut sich schon der Französisch. Auf Englisch oder Coach? Wenn ich mal ne Pink oder ne Ward misst du. Bring mal ne Pink oder ne Ward misst du. Hab nur 30 Gold. Also hast du schon wieder keine Ward gekauft, man, du bist so unfähig, ne? Vielleicht denn mit 30 Leuten Ward klauen, dann müsste ich das ganze große Item auf das verzichten, nur mit nem Ward zu kaufen. Ja, so ist der Level 6. Der langhaarige Typ. Ja, zwei. Cody! 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 Man, der ist wirklich übel auf die Phrases. Warte! Papa! Machst du, traf deinen Blood, oder tust du ne Sorg? Tr meine ... Oh. Hilfe, April, aahhhhhh! Ach ... 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 ich könnte nicht mal meine Ulti jetzt irgendwas ... evolutionieren hier. Was ist hier los? Was! Flash of Dude! Weil jetzt dabei aber Hilfe zuppen. Weil da sind ulti. Gucken wir mal bei Xins Red Buff vorbei. Wow Darius. Nach dem Red Buff komme ich hoch, also pass auf. Na ja. Rewards, thank you. Ähm, Darius fehlt Darius, oh ne, doch nicht, doch nicht. Ich muss jetzt aber, pass auf, vielleicht kommt XIN hoch, ne? Mach mal den Blue Buff Clear von uns. Respekt, rechtlich. Selbstverständlich mach ich den. Vielleicht, seitdem ich ihn bitte abgefahren hab. Lol, warum macht der mal erst E bevor er flasht? Ja, kommst du noch mal? Mann, ich hab keinen Jump, man. Ewig CD. Ich stell jetzt hier ein Trinket hin, ne? Auf das XIN dir nicht an sonst was rumfummelt. Na ja. Rum, 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 rum. Okay. Banane auf du. Digga. Mhm, 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 mhm. Ich hoffe, dass Steff Neo das gehört hat. Na ja, nicht schreib ich später nochmal. Nicht, dass er da weg ist, weil immerhin er da ist, ist Pilbo nicht da und immerhin Pilbo da ist, ist er nicht da. Ja. Du willst nicht Pilbo. Ich? Ja. Mhm, 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 mhm. XIN Mitte beim harten Dive. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Warum ist der eigentlich immer zufällig? Genau dann da, wenn ich gerade hab da. Hm? Der riecht deinen, der riecht deinen Angstschweiß. Pfff. Passt auf, da könnte jetzt vielleicht irgendwie Bot reinkommen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Oder vielleicht farmt doch ein paar. Das Team hat in Turret. Loll. Aber da ist ja kein Mana, das ist nice. Ich komm jetzt mal Bot nehmen und danach können wir, ähm, mal Dragon machen. Ich hoffe, dass wir mit, äh, Pilbo, wenn er nen Hook trifft, haben wir eigentlich eh einen Kill drin. Ich hab die Ulti evolutioniert, das heißt, ich bin Imbiss. Ich kann nicht weit springen. Spricht eine Person Englisch hier auf diesem Stream? Nein. Also wir sind alle englischlos. Wir können alle kein Englisch. Hallo, mein Name ist Gustavo. Und mein Vater hat in der Donkwagon accident. Was? Was? Hook of Doom, Jenna oder so, scheißegal. Google Friede und so. Los! Oh. Assist us. So viele Minions hier, Mann. Wir gehen noch nicht. Oh. Nehm, mach Damage! Aaaaaaah! Uuuh. Was? Ich hätte damit rechnen müssen, dass jetzt so'n blöder Xint von da kommt, ey. Lol. Aber wenn er mich noch gehabt kann der Su auch noch. Mh. 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 Uuuuuts. Xint auf Flash Arena. Ja. Ich komme jetzt Top-Lane und willst du zerreißen sehen? Oder ich zerreißen ja alleine, ja? Ach, alleine schaffst du das nicht. Du wirst auf jeden Fall mal eine Hilfe benötigen. Siehst du. Höhöhöhöh. Wuuup, wuuup. Der Sterne. Wuuuuh. Ich helfe dir mal. So, Raka too strong. Wuuuuh. Ach Mensch, zu gütig. Also, mh. Also, mh. Also, mh. Oh, mh. Oh, mh. Wo soll ich mein Blues? Wo ist der und Dings? Der und Schien gschau. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Welles-Ausschussgruppen Neues. Das hat aber weh getan, Mann. Es hat mir geschmerzt! mitte immer noch lange zeit schon her so ist ja da ist er ja also jetzt ist der tippt was denn da zumindest entscheidet er gut ja ich muss berg ich kann top nicht ansonsten macht er Q-Ulti tot ich komm wieder bot für so einen schönen Dive was haltet ihr davon Darius hat kein Flash nicht ist letztes Mal doch auch ganz gut ausgegangen es schmerzte im Lendenwirbel so ist es hat irgendwer xin mal irgendwie mal wieder gesehen dabei stop dann können wir ja aggressiv rein so du hast verdient was du bekommen hast oder andersrum ja super der ne zu voll alleine ja super der ne zu voll alleine ja super der ne zu voll alleine los kill mit den kill mit den das ist doch nicht seine Wahrheit das ist das der Wahrheit Darius bekommt Topter der kommt der kommt der kommt der kommt der kommt der kommt was sagt deine freundin vom Büroarbeit Levins lol der jumpt mich an der Vogel Mann 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 ey Ah, dieser scheiß Darius, ey. Die Kranne weg. Uuuuh, ich hab gar nicht auf... Tschüss. Da guckt man in den Chatraum, ne? Und dann stirbt man die. Wehe, 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 wehe. Wehe, 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 wehe. Wehe, 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 wehe. Lol, der Outlet kommt. Pssssss. Wo ist er? Lol. Wo ist er? Wie ist er denn? Hat er dich da getroffen jetzt? Wo ist der kleine Limmel denn? Also ich hab damit wiederkommen. Äh, nee, hab noch damit wiederkommen, bevor ich wegbefohlt bin. Auf wie mit Gebrühe! Fails günstig. Er ist mein Freund. Ich mag ihn. Er ist einfach nur richtig geben. So ein und nicht damit töten. Ich hab auch versucht, du mal ne? Feiner für zu, feiner für zu sein. Alter, Alter, Alter. Uuuh. Also, oh, also, mmmm. Hätte ich keine 4 Assists, sondern 4 Kills, würde das Ganze schon anders aussehen. Also, oh, jetzt, oh, jetzt, oh, jetzt, oh, jetzt. Ich bin hier nur am Rommersisten. Oh, passt auf, Fred. Also, oh, also, mmmm, also, Schöner Willty. Ist der da drinne? Hätte er auch gut. Ne, da oben läuft der rum, alter, WTF. Ich kann da noch Fleischer hin um. Der ist ziemlich squishy, der Xim. Ist das ein Normal oder ein Ranked hier? Kommt, hier wollen wir jetzt vielleicht noch ein Geschenk? Was? Ist das ein Koop, also, äh. Ist das ein Koop, also, äh. Ist das ein Koop, alter, alter. Alter, ich bin da hier echt nicht gefordert, meine Güte. Disrespect of doing my VTL. Nein, ich bin über den Typ, doch, ich bin über diese Jump-preps-Dings darüber geflasht. Irgendwie haben sie mich trotzdem... Getrapped. Kappa. Kappa. Wolltest du den schönen, frischen Arsch hier haben? Hm. Ja, mach's gut, Pilbo. Mach's gut, Pilbo. Hahaha. Krieg der ist doch voll auf die Fresse, ey. Pilbo, Pilbo Ranger. Pilbo. 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 Brake Timer? Ja. 13 Sekunden. Wir wollen den Mid-Tower hier, ne? So, Brake Timer hier, go. Alles in Brake. Okay, top lane. Oder das weiß ich ganz sicher nicht, wegen Curse Voice. Ich habe ja wirklich im Chat nachgeguckt. Er ist live. Äh, ich mache natürlich erst ab. Ja, Darius ist noch Flash. Ey, Darius ist so ein useless Champ. Eigentlich. Also, so kann man easy kiten. Nur einer flashed. Kann ich auch nichts machen. Sehr schön. Kappa. Warum versucht der immer mich noch zu töten? Ein. Oh. Den wollte ich mir gerade gönnen. Warte. Lol. So nicht mit mir. WTF. Ahhhh. Nope. Pfff. Food euch alle. Toll. Die sind nicht über die Wand gesteuert. Da war schon ein bisschen stylisch. Das hat einen kleinen Mobbing-Effekt. Das ist wohl richtig. Ich bin hier eigentlich der einzige Arsch der Wards kauft, Mann. Ja. 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 Pilbos ist der einzige der das Ward-Item hat. Ansonsten stellt einfach niemand Wards. Ja. Ja. Da sind wir glatt, wenn die Geister wieder respawn sind. Alter. Mh. Also, mh. Also, mh. Also, mh. Toll. 3000 Wards. Über tat ich mich. War das eine Ansage? Der Flashback, der kommt zu dir. Ne, darfst du mich verrauchen. Ich glaube, ich verschwinde. Ich glaube, ich bin da mal weg. Das haben gar niemanden mehr, ihr Lüger. Wolltest du mich verarschen? Es sind drei bei mir. Sogar Xim ist noch hier. Ja. Wir haben alle die Base. Oder ich wollte zu dir kommen. Oder wir wollten die Porten. Sonst wäre ich auch gestorben. Gut, dass Lucian weg ist. Weil es war ja so, dass die Gegner alle zu ihm gekommen sind, ne? Oh ja. Ich schrenne nicht. Oh, die Muschis rennen die schon nicht hier. Oh ja. Weißt du, dass du keine Exos hast? Weißt du? Oh ja. Da fällt der Bananenstab um, Alter. WTF. Da fällt der Bananenstab um. Stab. Ach so Bananenstab. Oh, die Hooks. Ist es Madlife? Ist es Madlife? Ist es Madlife? Ach man, ey. Was ist da los? Ist es you Madlife? Ich muss mich jetzt ein bisschen zu ändern lustig machen. Ich hab froh abfangen. Ich hab mich immer alle 5000 Leute, wenn Gegner abfangen. Ist ganz schön gewährlich auf der Topland. Ich muss mal backboden. Alle Gegner sind bei mir. Bam. Tauchen auf einmal 5 Leute auf der Bot auf, ey. Das ist dann peor, ne? No. No. Sunny Calls sind hier diese falschen. Papa. Was soll ich machen, wenn sie dann backboden und so aufbekommen? Die sagen, dass sie backboden und zu mir kommen. Du hättest es auch vielleicht erahnen, nicht? Genau. Oder 17 oder ab? Ich hab's erahnt. Aber ich hatte keine Lust, backzugehen. Oh, da ist Darius. Darius ist der Base top, Lerner. Und pop the code. PP Darius. Jetzt mach doch mal Druck, Leute. Es move einfach 4 Leute hoch. Push doch Mitte. Ja, lass fighten, lass fighten, lass fighten. Lass die abfangen. Dann fighten. Komm Soraka. Wir brauchen dich. Move. Warte. Lass da rein. Oder da wollen wir jetzt sagen. Entscheidet euch. Go, Malfight. Vor, vor, vor. Vielleicht wegstirbt in der Zeit. Guck dir das mal an, Malfight. Oh, ja. Stark. Jasu stark. Die Ulti. Also, die hätte fast gar nicht besser sein können. Also, Jo, also. Also, hm. Also, hm. Also, hm. Also, hm. Oh, hm. Mensch, Jasu. Die Ulti. Fragezeichen. Ja, ja, ja. Flash ulti. Flash ulti. Ja, ja, ja. Flash ulti. Los. Und jetzt, Byron. Barun. Ich hoffe, dass da keiner drum bitten muss, ey, Stein. Ups, jetzt habe ich auch ein Wort gesetzt. Hast ein Wort eingeschissen. Oh, ja. Ach, jetzt sehe ich das gerade. Zumindest ist nie ehrlich. Oh, der hat BOTRK, der Junge. Was ist mit dir? Ach, du bist da. Du bist da ein bisschen useful anscheinend. Also, das wird auch gemacht. Du machst echt wirklich mega Schaden. Ja. Vor allem, wenn du geraped wirst. Was? Und er ist mit dir sasselnduch. Was haben wir aufgeholt so viel, da müsst ihr machen. Na. Ich habe mich nicht mehr angegriffen. Oh, das ist das. Michaela Schön, dass du dich da vorstellst für deinen Jungler, Mr.Supporter Bitte, bitte Von wegen Immer wieder gerne Hafe? Are you ready? Ja dann geht's Ah! Ja! Da kriegt man erstmal ne Axt, Alter. So, Hook. Ich hab 3.000 Gold, wo kommt das denn her? Nice Ignite, nice Ignite. Ich bin ja ungefähr das dümmste Wesen auf dem Planeten, ey. Warum hab ich mal Benjis geholt, der gegen den Full AD zieht? Nice Ignite, genauso wie ich deine Mutter letzte Nacht gesagt hat, ey. Hau da raus, ja. Ich muss einfach mal was gönnen. So, jetzt mal in der Gruppe. Das sind doch keine Bronzegegner. So. Solo Drag-It. Ich hoffe nicht. Hier, Mr. Bilbo, Laterne, please. nein das bin ich nicht naja alle können sich hier in der terne haben steht der bürgermeister ganz zwei wies gemacht haben er ist so krass dass man mit mir rumträuen könnte es macht schon wirklich keinen spaß doch eigentlich schon das macht am meisten schwarz mann unser blues ab jetzt hätte ich so schön einen ulti die einzige folge auf dem jahr aufhaut 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 die engage ist in der mittel der flash der typ da hat beide getroffen ich bin bekannt für meine exakten die pure präsentation ja 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 oh fett du scumbag das war ein quadra kill wieso hast du denn den anderen gekriegt den anderen wen wollte ich denn noch eben gerade töten darius und jazu wollte ich töten wie hast du die denn gekriegt man ja ich dachte ich hätte gerade einen quadra gemacht wtf dabei habe ich nur einen kill wtf nochmal du warst auf der ganz anderen seite dahinten am rumulten und so hell ja ich hab gecarried kappa kappa easy wenn das nicht meiner kommt würde ich jetzt too easy schreiben um die zu mobben maximum disrespekt und so das rettet einfach die ganze zeit während der nächste star zerstört wenn du so rumkiss beim ding so ein lachding oder so wtf